Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Devilman Tribe 5. Wollen wir uns mal zur Wii begeben. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here, about this big, used as a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop. To rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Puny human. Do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty Goliath! Huhuhuhuh. Hahahaha. Cool trick! Hey, do you do parties? HEEEGHEEGHHH HUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH You'll be strong, you'll be strong. Yeah, maybe I will. Sorry I'm about to kill you. Das war's für heute. 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 Okay, also am besten von hinten angreifen. Das war's für heute. 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 Why? And me? So low. Why? Why are you? Why are you? Why are you? I thought I was gonna have to pick you out of his tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah. Yeah. I was like a little bit. I was like a real page turner. I think Dante is still in there? Why? 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 I think I'm gonna do that next to you. I don't know why you should focus on this to my preface. Ich bin bald, schütze ihn! Die Straße war's. Hey, du bist B, oder? Hey, du wirst du das? Ding, ding, ding! Right by your feet. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just in the back? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Okay. Völlig in Ordnung. Fliegender Jäger, Mission 3. I think we should split into two groups. And cover more ground. Good idea. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the .45 caliber virtuoso. Legendary gunsman. I hope to be like her someday. An artist and a lethal artisan. Everything I create is art. Whether it's a gun or a steel pot to cook birds in. Any more questions? Huh? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Klyphod. Sure. What are you gonna do? Yeah. I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh. And the moment is a bit stone. Hey, hey. I got a new arm for ya. That's fine. Now that I got it in stock, you better take advantage of it. Yeah, yeah. That's fine. I got a little sad. Oh no. No, I'm gonna have to have to try something else. You're gonna have to try something else. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. We're gonna try something else. Oh no, I'm gonna try some other things. Let's try something else. Ich hab mir aber wieder ein paar Sachen... Bist du geholt? Ähm, aber ich werd hier noch mal... äh, mich einen kleinen Cut machen, geht aber sofort weiter. Okay, raus! Bist du? Bist du? Bist du? Okay. Bist du? das dann na, ok, so kommt man also auch Für Robot. Ich habe versucht gerade die eine Combo da machen zu können. Also das. Platz, Platz, Pause, Platz. Also Platz, Platz. Und dann gibt es ja auch noch. Also ein Schlag, Pause. Und eins, zwei. Ich denke, ich werde die näher kommen zuerst. Ich muss irgendwo anfangen. Ja. Ich hoffe, ich bin da noch irgendwer rüber. So, und jetzt. Gut. Oh. Ich frag mich, wie ich auf dem Ding gesurft bin gerade. Oh, da habe ich eins vergessen. Äh, die große Frage, wie ich darüber komme. Wahrscheinlich darüber. Warte auf, dann. Das ist ein Klyphot. Schroeit, we're taking this f***ing thing down. Uh, why can't we go on top? Mega boost though. Tuck. Yeah. Da ist noch so ein Ding. Irgendwie muss ich das Gebäude da kommen. Da ist ein Ding. 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 Ich habe eine Golde Kugel durch. Ich habe eine Golde Kugel gefahren. Ich bin wieder auf einer Garten. Ich bin wieder auf. Ich bin wieder auf. Ich bin wieder auf einer Garten. 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 Okay. Ja, ich habe hier überhaupt nicht genug Zeit für. Nachgreifen des Ziels. Oh, wie habe ich mich denn da in der Luft verhalten, ey? Wie ich da rüberkomme ist nur eine Frage, ne? Ja, das würde mich 100% in die Höhle führen. Na, zurück bin ich auch nicht mehr. Ja. Okay, habe ich keine andere Wahl. Aber das war es auch von dieser Folge, wir werden uns in der nächsten wiedersehen. Bis dann, mach da rein! Bis dann!